Hallo, wir sind wieder im verfluchten Wäldchen und ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich gucke jetzt hier nochmal auf unsere Karte. Wir sind jetzt in Abschnitt 5, ja. Und wir hatten uns das hier angeguckt. Wir sind jetzt hier. Ich würde mal versuchen, jetzt hier links lang zu gehen, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Ja, da waren wir von hier gekommen. Moment, ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Hier drüben wird es dann wahrscheinlich nicht weitergehen, wenn da ein X ist, aber wir werden da trotzdem mal gucken. Also ich versuche hier möglichst alle Wege lang zu gehen, auch wenn es hier natürlich etwas chaotisch aussieht. Aber es sieht ganz danach aus, als wären wir hier fast durch. So. Ah ja, von hier sind wir im Prinzip gekommen. Dieses Bild hat man gesehen. Von da haben wir doch diesmal gekommen. Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich gehe jetzt jedenfalls hier unten an. So, das war die Karte. Hier ist ein See. Jetzt muss ich mich doch nochmal an der Karte orientieren hier. Ein bisschen verwirrt mich das. Also dieses, das hier ist der See, ne. Da sind wir jetzt. Und ich glaube, von hier sind wir mal gekommen. Da geht es nicht lang. Da haben wir gerade geguckt. Da geht es auch nicht lang. Oder? Haben wir versucht hier? Doch, von da sind wir ja runtergekommen. Gut. Ne, dann stimmt das. Alles gut? Nix gesagt. Jetzt kommt auch gar keine Musik mehr. So, jetzt kommt schon eine Gabelung. Also tut mir leid, ich gucke auch nochmal auf die Karte. Wie gesagt, ich will hier nichts verpassen. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Rechts lang. Und dann würde ich also auch sagen, dass wir uns erstmal hier die Sackgasse angucken, ne. Man sieht hier also auch schon die Fallen sind nicht aktiv. Das ist also irgendwie vielleicht doch auch ein Zeichen darauf, dass diese dunkle Gestalt, die hier rum ist, doch nicht so böse ist. Oder jetzt plötzlich nicht mehr böse ist. Da müsste man sich halt mal noch ein bisschen rumgucken. Auch die Falle ist irgendwie schon ausgelöst. Lauf ich jetzt tatsächlich in eine Sackgasse? Oder ist das jetzt doch schon der richtige Weg? Ich bin ein bisschen verwirrt. Naja, gut, der Weg ist halt ein Stück lang, ne. Ist jetzt nicht der kürzeste Weg zur Sackgasse. Also es kann durchaus noch richtig sein. Da geht es aber auch nochmal hoch. Was haben wir hier? Gefahr? Absturzgefahr? Gucken wir doch gleich mal, ob wir abstützen können. Hier wird auch automatisch gespeichert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht dort auf der Karte, wo ich denke. Da drüben ist auch irgendwie gerade. Soll ich jetzt hier lang gehen? Da unten ist auf jeden Fall das Dorf. Irgendwie? Weiß ich nicht. Bin ich doch schon woanders? Na ja, hier seht eigentlich, bin ich doch... Oder bin ich schon an der Stelle hier, dass ich jetzt... Ach, ich weiß es auch nicht. Wir laufen ja einfach mal weiter und gucken uns das in Ruhe an. Kommt jetzt hier gleich wieder was von oben runter gefallen. So, jetzt sind wir, glaube ich, ganz oben. Hier ist nochmal eine Notiz. Plüschige Hoffnung. Oh, das ist ja schon fast... Also es geht hier wieder um diesen Teddybären, ja. Den Sarah, nehme ich mal an, von der Mutter geschenkt bekommen hat. Und immer ist es dann halt ihr Lieblingsspielzeug geworden. Und immer wenn die Mutter halt nicht da war. Oder als die Mutter dann nicht mehr da war. Sie war ja, glaube ich, gestorben wegen Krankheit. Konnte sie sich durch den Bären daran erinnern, wie die Mutter sie geliebt hat. Und auch als der Vater sich verändert hatte, war der Teddybär halt Stütze und Hoffnung. Und dann war er plötzlich verschwunden. Kurz bevor sie 18 wurde. Hat also dann dadurch nicht nur ein Spielzeug verloren, sondern die ganzen schönen Gefühle, die damit in Verbindung standen. So, und was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir wieder irgendein Teil gefunden. Ja, ich gucke jetzt nicht ins Inventar. Muss ich mir doch jetzt nicht alles dreimal angucken. Hab's halt gerade aufgesammelt. Komme ich hier jetzt so einfach runter? Ich will hier gleich die Abkürzung geben. Vielleicht auch nicht. Okay, wir halten uns dann lieber doch auf den Weg auf. Nur so eine spontane Entscheidung. Ich wollte Abkürzung, soll man halt nicht machen. Okay, ich verstehe das schon, Spiel. Ich finde es etwas merkwürdig, wie langsam der hier in die Stufen runtersteigt. Ah ja, sie wollten halt nicht, dass wir das jetzt hier verpassen. Dieser Garderobenständer des Grauens. Jetzt mit fächer Mütze, ja. Hier würde ich eigentlich dann nicht lang. Ja, da war sie wieder. Also, in der letzten Folge hatte ich ja noch gesagt, dass sie selber eigentlich gar nicht mehr so böse gewirkt hat. Jetzt wiederum hätte ich gedacht, ne, also würde ich sagen, ist sie wiederum böse. Okay, ähm, ich finde es mir schade, dass ich nicht direkt auf die Karte zugreifen kann, dass ich hier mal über dieses Menü gehen muss. Okay, also, ich würde sagen, wir waren jetzt hier und nicht an der Stelle. Das heißt, ähm, gehe ich jetzt vielleicht doch nochmal zurück und schaue mir den Rest hier an. Ich würde das sogar tun. Ich will wirklich nichts verpassen. Das ist hier, glaube ich, kein Weg, das täuscht. Jetzt stecke ich hier fest Hilfe. Weißt du, dass es hier irgendwie noch weiter geht? So ein bisschen an dem See. Ja, hier ist nämlich auch nochmal wie so ein Weg. Den wollen wir ja nicht übersehen. Auch wenn der nicht sonderlich einladend aussieht. Also noch weiter würde ich dann hier an der Stelle nicht. Ich will aber den Altar mitnehmen. Viel hat mir das jetzt, glaube ich, nicht gebracht hier, aber, ne, geht ja ein bisschen ums Prinzip. Ich will doch einfach auch nochmal hier gucken. Aber hier dürfte dann wirklich nichts weiter sein. Ich komme dann hier noch hoch, oder? Oder auch nicht. Okay. Ja, also wir haben es gesehen. Hier gibt es nichts. So, dann machen wir da oben lang. Und es gibt aber hier noch den Weg. Hier müssen wir natürlich auch noch gucken. Seht ihr, da unten ist nämlich bestimmt noch was ganz Wichtiges. Eine Falle wahrscheinlich. Das sieht auch sehr interessant da oben aus, oder? Und da ist noch was. Aber das sehen wir dann bestimmt später. Ja, guck mal, wer sich hier in der Sonne sondt. Unser Kumpel ist das mal wieder. So. Was habe ich jetzt genommen? Oh, ich glaube, ist das hier für das Ritual gedacht? Kann ich das jetzt hier? Nee. Hier fehlt mir halt noch was. Aber vielleicht mache ich hier dann das Ritual. Möglicherweise. Werden wir da schon wieder beobachtet. Da flackert was Rotes. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Dass da immer mal wieder rot blinkt. Gut, also ich glaube, hier kommen wir dann vielleicht zum Schluss nochmal hin. ein bisschen schneller laufen. In der Hoffnung, dass hier jetzt nichts noch passiert. Was uns erschrecken könnte. So, okay. Jetzt sind wir das auch abgelaufen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gucke. Das ist der Strand. Würde ich sagen. So, und jetzt müssen wir hier. Und dann waren wir da lang gelaufen. Dann müssen wir also beim nächsten Abzweig nach links. Also ich hoffe, dass ich jetzt die Karte richtig lese. Aber, ja, ich denke mal, wir kriegen das schon hin, dass wir hier nichts übersehen. Jetzt wird schon wieder gespeichert. So. Ich würde jetzt hier mal nach links gehen. Das sieht wieder aus wie Falle. Wenn ich hier drüber laufe, ich laufe mal hier am Rand lang. Ich möchte nicht wieder irgendwo reinfallen. Das ist, glaube ich, das Feuer, was wir gerade von unten gesehen hatten. Ich mache das mal wieder aus. So, da liegt wieder eine Notiz. Geheimnisse. Allgemein Geheimnisse, ja. Wenn man sie teilt mit anderen, kann man dadurch sich näher kommen. Aber andere Geheimnisse wiederum erzeugen Zweifel und zerstören Vertrauen. Ihr Vater hat halt sehr viele Geheimnisse. Hier geht es auch wieder um den kleinen Jungen, zwölf Jahre alt. Den hat man, glaube ich, schon mal in der Notiz erwähnt bekommen. Er sah halt sehr traurig aus. Jung, aber seine Augen sahen wie die eines Altmannes aus. Sie wollte ihn da halt häufiger sehen, besuchen, aber als ihr Vater das halt rausgefunden hat, wurde er sehr wütend und hat ihr das Ganze verboten. Was wiederum nur mehr Neugierde erzeugt hat bei ihr. So, und der Vater ist dann irgendwann mal in das Haus gegangen und er kam dann auch mal mit einer Frau heraus, die es selber nicht kannte. Sie hat sich dann halt gefragt, wer das Kind ist und wie der Vater damit im Zusammenhang steht und sie hat so offensichtliche Antworten, aber hat es halt versucht zu ignorieren. Aber ihre Antworten würden die Traurigkeit ihrer Mutter erklären und ich glaube, wir wissen auch, worauf das hinausläuft. Vielleicht, ne, noch eine zweite Familie, so, die der Vater da gehabt hat. Toll. Jetzt ist es runtergefallen, muss ich dann auf jeden Fall wieder dahin, aber ich glaube, damit wollten wir sowieso noch mal. Soll ich das jetzt gleich holen? Aber gehen wir erst mal weiter. Ich würde erst mal weitergehen, wahrscheinlich. Und jetzt nicht noch mal zurück, da ist wieder so was Schwarzes, schwarzer Nebel. Erschreckt uns das gleich wieder. Ah, seht ihr, jetzt ist hier nämlich die Falle aufgegangen. Habe ich doch vorhin schon richtig gedacht, dass es eine Falle hier ist. Aber mich könnt ihr nicht austricksen. Also, nicht immer. So, dann gucken wir mal hier weiter. Wieder eine kleine Gabelung. Schauen wir mal wieder auf unsere schlaue Karte. Mit dem See, okay. Dann haben wir einmal da, links. Ja, ist eigentlich egal, wo wir lang gehen. Gehen wir mal zuerst hier lang. Ich bin mir immer nicht sicher. Ne, wir gehen zuerst rechts. Jetzt doch noch mal umentschieden.